Norddeutscher Rundfunk 2021 Schauen wir mal, wenn er drei, vier Tage noch wird und dann geht es um 1-0 Ja, danach werden die drei Vorruppengruppen dann eingeteilt Also die drei Sieger sind halt Gruppenkampf und der Rest wird dann halt... Sollen drei Gruppen? Ja Ich hätte gedacht zwei Sechser? Ne, ne, wir machen drei Vorruppengruppen, dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale Okay der 1-0 9,4 5,4 5,4 5,4 1,4 1,4 2,5 4,2 Vielen Dank.